Hm, nicht so gut. Nicht so fein. Sogar den Hut da hoch. Ist ja schlimm. Okay. Aber ich glaub, er war doch gut gegen Skelette, ne? Maxi? Genau, der war nicht stark gegen die. So, dann holen wir Zylo auch mal wieder zurück. Machen wir es jetzt anders, so. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, bum 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 bum. Ja, komm, greifen wir den Hellhound an. Machen wir das Fisch da platt, ne? Dann kriegt er auch Punkte dafür. Wunderschön. Oh, und Level. Oh. Level 10. Das ist gut. Gut. Genau, das wollte ich ja gerne haben. Gut, den holt er da hoch. Ähm. Bum 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 bum. Ken kann sich das Skelett jetzt kaputt machen? Oder auch nicht? Toll. Toll. Super, wie das hier klappt. Wie, und jetzt holt er die wieder da runter. Was ist das mit dem Scheiß? Toll. Egal. Hier, komm. Klatsch, kaputt. Klatsch. So, den sind wir schon mal los. Kann Gott mal diesen Wurm hier angreifen? Die sind nämlich auch fies. Oh. 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 Das ist, äh. Geil. Nicht schlecht. Nicht übel. So. Ah ne, Diane kann ja sogar von hier aus schießen. Dann greift ihr das Skelett mal an. Oh, 11 Punkte. Nicht schlecht. Und Level Increase. Cool. Ja, gut, Freunde. Also, das wird ja hier langsam was, ne? Muss ich schon sagen. Ja, außer hier mit Luke. Ich weiß nicht. Irgendwie. Naja. Oh, oh. Und. Och ne. Komm, der ist jetzt auch tot, ne? Scheiße. Fuck. Das ist doof. Das ist echt doof. Das ist noch schall. Noch beschissener. Okay. Okay, okay, okay. So. Ach. Nein. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Das ist doch verschwendet jetzt für drei Punkte. Ach, was ärgerlich. Ich wollte doch den ersten Level 1 nehmen. Och, Mann. Naja, egal. Naja, gut. Hat sie halt Level abbekommen. Aber verschwindet was trotzdem. Acht Punkte. Immerhin. Okay. So. Ken. 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 Ja, ja. Was? Ey, das gibt es doch nicht. Ey, sorry, aber das kann doch nicht sein. Hallo? Boah. Ah, da versucht sich wohl jemand anzuschleichen. Nicht mehr Lone. Haha. Weißt du was? Komm. Hau mal einfach drauf. Vielleicht wirkt das ja. Nicht schlecht. Nicht übel. Oh-oh. Oh-oh. Oh. So, der ist schon mal weg. Ach ja, mein Gott, ey. Das ist aber echt doof jetzt hier. So viele schon verloren, das ist schlecht. Ey, das kann doch nicht sein, hallo? Das ist ein Level-2-Zauber, Mensch. Mendo. So, komm, aber das Viech geht jetzt platt. So. Verdammt nochmal. Und Level 5, nicht schlecht. Das ist ja schon mal was. Ja, Domingo kann auch nicht mehr zaubern. Super. Klasse, klasse. Oh, Level 6. Cool. Ja, ich level zwar hier wie Sau, aber da kommt nicht so viel bei rum, fürchte ich. Ja, das da oben wird gleich sauschwer. Davon kann ich aber ausgehen. Das ist ja schon mal was. Ach, nein, das wollte ich nicht, das hier. So. Ne, ich glaube, das hebe ich mir für ihn noch auf. Nein. Ja, super. Jetzt holt er erst mal alle da hoch. Naja, gut. Das ist vielleicht gar nicht mehr so... Oh, schlecht. Oder auch doch. Naja, okay. Das geht ja noch. Das kann ein anderer ja gerade noch so verkrassen, würde ich sagen. Oh, also diese neue Axt, muss ich sagen, ist schon super. Ist ja unglaublich. Bis zum .